Hier habe ich für euch einen mega kranken XP-Glisch, mit dem ihr 200.000 XP in einer Minute machen könnt. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran. Benutzt den Insel-Code, der in der Beschreibung steht. Wenn ihr dann auf der Map seid, geht ihr vom Spawn direkt nach links und baut euch zweimal 5 Flächen nach vorne. Euer Charakter wird blau aufleuchten und ihr solltet dann auf beiden Flächen, auf den beiden letzten Flächen, ein Emote ausführen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr zurück, dorthin, wo ihr angefangen habt zu bauen, denn dort wird jetzt ein geheimer Knopf sein. Diesen müsst ihr jetzt betätigen mit eurer Interaktionstaste und geht dann einmal hier vorne hin, wo ich auch stehe. Ihr müsst jetzt 5 Treppenstufen nach oben bauen. Wenn ihr die 5 Stufen gebaut habt, baut ihr eine Fläche vor euch. Von daraus müsst ihr euch einmal nach links drehen und dort wieder 5 Treppenstufen nach oben bauen. Wenn ihr dann da seid, müsst ihr einmal hochspringen, eine Fläche unter euch bauen, euch einmal komplett umdrehen und von daraus wieder 5 Treppenstufen nach oben bauen. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr nur noch 3 Flächen nach vorne bauen. Am besten nehmt ihr jetzt eine Minigun und die Raygun und schießt jetzt hier links einmal von euch gegen diese 3 unsichtbaren Wände. Vor jeder Fläche, auf der ihr steht, wird eine unsichtbare Wand sein. Wenn ihr auf die raufschießt mit der Minigun oder mit der Raygun, werdet ihr die ganze Zeit XP bekommen, so wie ich hier im Video. Wie viel XP ihr bekommt, kommt darauf an, ob ihr das Level Cap schon erreicht habt für den Tag oder noch nicht. Ich habe es zum Beispiel noch nicht erreicht und bekomme hier sehr, sehr viel XP immer wieder. Und das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Fortnite-Glitch-Videos zu verpassen und aktiviert die Glocke, denn Fortnite-Glitches werden immer sehr, sehr schnell gepatcht. Und durch das Aktivieren der Glocke werdet ihr benachrichtigt, sobald ich ein Video hochlade. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, damit sie auch den Glitch machen können. Und das war es von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.